Sehr geehrter Peter Jünger, es ist Samstag, der 28. September 2024 und aus aktuellem Anlass hier einige wichtige Updates zum Fischereirecht in Norwegen. Ein besonders aufmerksamer Zuschauer hat mit seiner Meldung an das norwegische Fischereiamt einen ganz schönen Stein ins Rollen gebracht. Stein des Anstoßes war, dass ich behauptet habe, auf eine Fischheit angeln zu wollen, für die eine gesonderte Lizenz nötig ist, die ich möglicherweise nicht habe. Daher hat er mich denunziert. Siehe dazu auch die verlinkten Videos in der Beschreibung. Da ich nun direkten Kontakt mit Offiziellen hatte, mir selber einige neue Fragen gekommen sind und sich durch eure Kommentare auch neu ergeben haben, bat ich um ein klärendes Gespräch. Ich fragte nach einem Video-Live- Chat, in dem ihr direkt Fragen hättet stellen können, denn aus der einen Frage ergeben sich womöglich schon wieder weitere Fragen. Aber auch die Beamten in Norwegen sind wie alle auf dieser Welt. Jedenfalls wollte er mir nur schriftlich antworten. Ich habe ihm also einige Würmer aus der Nase gezogen und was dabei rauskam, das hat zum Teil mich überrascht und das wird sicher auch viele von euch überraschen. Einiges positiv, anderes aber negativ und überlegenswert. Zunächst einmal die Erkenntnis, dass ihr die aktuellen Rechte und Pflichten, Mindestmaße und so weiter, nur auf den offiziellen Seiten des Fischereidirektorats findet. Dieser Link findet sich ebenfalls in der Beschreibung unter dem Video. Das hier ist die Webseite des norwegischen Fischereiamts Fiskariedirektoratet. Die Webseite lässt sich auf Englisch umstellen, manche Seiten sind auch auf Deutsch verfügbar. Sea Angling in Norway Regulations. Und hier kommt man tatsächlich auch direkt auf deutsche Webseiten. Es lohnt sich aber unten die englischen Regeln durchzulesen, denn sie sind etwas ausführlicher als die deutschen. Beziehungsweise der Deutsche ist verpflichtet, sich alle Regeln durchzulesen. Die bekannten und auch von mir empfohlenen Apps, Fischbuddy und Fiskar, sind rechtlich nicht bindend. Sie zeigen zwar Schonmaße, Schonzeiten und Sperrzonen zum Teil an, aber wie gesagt ohne Gewehr. Die vermeintlich rechtsbindende App Fritids Fiske, des norwegischen Fischereidirektorates, ist nicht für Touristen gültig und bindend. Das habe ich erfahren und das war eine der Überraschungen für mich, denn diese App richtet sich ausschließlich, Achtung, an norwegische Staatsbürger, also solche mit norwegischem Pass und an Ausländer, die einen festen Wohnsitz in Norwegen haben und eine Fötzelsnummer besitzen. Für Touristen gelten viele der Ausnahmeregelung eben nicht. Fritids Fiske heißt übrigens so viel wie Freizeitangeln und ich persönlich finde es schon etwas verwirrend, diese App so zu nennen, wenn sie denn eben nicht für Touristen gültig ist. Auf der Webseite Südnorwegen.org hat sich wohl ein Deutscher sehr viel Mühe gemacht und die ganzen Mindestmaße für die Fischarten Norwegens eingetragen. Von dieser Webseite stammen womöglich die Informationen bzw. Gerüchte, dass die Mindestmaße für Makrele und Sei nicht gelten würden. Das ist natürlich widersprüchlich, wozu sollte man dann überhaupt Mindestmaße angeben? Denn die Fänge eines Touristen sind natürlich immer für den persönlichen Gebrauch. Verkaufen darf er gar nichts. Tatsächlich gilt aber diese Ausnahmeregelung laut Mitarbeiter des norwegischen Fischereiamts nur für norwegische Staatsbürger oder Ausländer, die in Norwegen einen festen Wohnsitz haben und eine Fötzelsnummer. Diese, also ich zum Beispiel, dürfen tatsächlich bis zu 50.000 Kronen nebenbei durch Fischfang verdienen. Wusste ich nicht, hätte ich schon längst gemacht. Aber ich müsste mich beim Verkauf von Seelachsen und Makrelen an dieses Mindestmaß halten. Als Köder oder Eigenverzehr dürfte ich sie tatsächlich unter dem Mindestmaß behalten. Touristen dagegen nicht. Kommen wir mal zum ersten Schock für einige von euch. Denn eigentlich ist Touristen nur die Handheld Fishing Road erlaubt. Wortwörtlich. Es ist Touristen eigentlich nur erlaubt, mit der in der Hand gehaltenen Angel zu angeln. Genau genommen wären also diese ganzen Schleppangeleien, die Touristen viel betreiben, die ganzen zwei Grundrouten auslegen. Das wäre eigentlich, eigentlich alles verboten. Dass der lebende Köderfisch in Norwegen verboten ist, das dürfte sich ja wohl schon rumgesprochen haben. Ich selber würde das auch nicht mehr aus moralischen und ethischen Gründen tun. Aber der nächste Klopper betrifft Catch and Release. Was denkst du? Wie steht die norwegische Regierung bzw. das Fischereiamt dazu? Catch and Release ist, ähnlich wie in Deutschland, grundsätzlich verboten. Das heißt, es ist nicht erlaubt, Fische aus sportlichen Gründen zu fangen und wieder freizulassen. Das bedeutet auch, dass wenn du eine Makrele gefangen hast und sie wieder ins Wasser wirst, dass du eigentlich nach Hause gehen musst. Weil dann hast du wohl keinen Hunger mehr. Vielleicht hast du vorher Hunger. Aber die wolltest du eben nicht essen. Also was willst du noch am Wasser? So ist die Ansicht des norwegischen Fischereiamts. Hätte ich auch nicht gedacht. Und diese Regelung, die gilt für alle. Also auch norwegische Staatsbürger oder solche, die ihren festen Wohnsitz haben und eine Fetzelsnummer, auch die dürfen nicht Catch and Release betreiben. Außer natürlich Fische, die unter dem Mindestmaß oder über dem Maximalmaß liegen. Und geschützte Fische. Geschützte Fische müssen auch zurückgesetzt werden. Und da sind wir nun wieder beim Anfang der Geschichte. Sollte ich oder du aus Versehen zum Beispiel einen Thunfisch fangen und keine Lizenz haben, dann müssen wir den am Ufer abhaken und wieder freilassen. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Klarheit über die rechtliche Situation der Fischerei hier in Norwegen euch verschafft. Wenn ihr weitere Fragen habt, bitte bombardiert mich nicht damit, sondern schreibt sie direkt an das Fischereiamt. Auch da findet ihr den Link eben, wie gesagt, unter dem Video. Auch dürfte euch klar geworden sein, dass wahrscheinlich jeder von uns mal gegen das ein oder andere Recht des Angels der Fischerei hier in Norwegen verstoßen hat. Wir können es natürlich jetzt so machen wie in manchen Monty Python Filmen, nämlich uns allen gegenseitig einen Stein an den Kopf werfen. Oder wir könnten so fortfahren, wie die Worte eines weisen Mannes besagten. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.